Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder Bloons Monkey City. So, weiter geht das Fisten. Bloons Monkey City. So, wir gehen noch mal ein bisschen kassieren. Kassieren ist immer gut. Das ist einfach immer gut. Das ist in jedem Spiel immer gut. Ja, langsam wird es hier eine Großstadt. Das merke ich schon an den Ladezeiten. Das dauert ein bisschen. Komisch, komisch, komisch. So, wie schaut es hier aus? Das hat noch keiner geclaimt. Dann lassen wir das. Gehen wir in die große Stadt. Und dann wird gefistet. Da freut sich die Noah und die Uschi, wenn gefistet wird. So, kann man hier kassieren. Hat das mir eingenommen? Nö, die haben keinen Bock mehr, weil ich so gut bin. Wave 88 geschafft. Die ganzen Flaschen hier schaffen gar nichts. Weil sie Lappen sind. So, was machen wir? Wir holen den Boss ran. Oder nein, warte mal. Äh, fünf Tage, wenn die Zeit. Das geht, das geht, das geht, das geht. Das geht. Das geht. Also, dann werden wir, wenn wir vorerst Gebiet einnehmen. Gebiet einnehmen ist ja auch gut. Äh, wir müssen eher ein bisschen vorwärts kommen. Also, wie sieht es hier aus? Ohne die Farm, das wird schwierig. Äh, dann nehme ich aber zwei Kisten mit, weil dann wird das ein bisschen lockerer. So. Den Affen, den setzen wir hier hin. Done. Keine Farm dürfen wir haben, weil die ist so scheiße. Gehen wir das in die Mitte hier. Hier eine Spike Factory noch hin. Und wir gönnen uns. Äh, was gönnen wir uns? Wir gönnen uns den, der ist gut. Gut und günstig. Dann hauen wir hier hin. So, sind wir in der Range? Ja. So, abgibt die Party. Kommt die Kiste, die erste. So, und nonstop come out rein, das sollte erträglich sein. So, Luft wunderbar. SO, Fühne. So,... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, ein bisschen Turbo Reinhorn hier Turbo ist immer gut Ein paar Kisten am Anfang, die sind halt immer gut So, jetzt geben wir dem mal mehr Range, jawohl Dann nehmen wir das, äh, läuft So, Stahlblumen sind nicht mal so wenig, dummerweise Aber das geht schon Haufen Stahlblumen, aber das geht auch Sind noch nicht zu viele So, sehr schön abgegradet Jetzt schnappen wir uns das da Die Jungle Drums Und dann geht's richtig ab hier Oh, das sind ein bisschen viele Da muss man uns ein bisschen nachhelfen Ja, das war jetzt nötig, weil sonst wäre das schiefgegangen Jetzt kommen schon wieder welche Ganz schön lästig, diese Stahlblumen hier Aber das geht sich aus Wir brauchen da rum, was ging Stahlblumen Das heißt, wir nehmen den da Scribble Master Hi Was heißt No, what, äh, ah Warte mal, Moment No mi torta Ist das italian? Oh, so ist spain I think Oh, yeah Yeah, Scribble Master Thanks for the follow And welcome to the gangbang stream Hier gibt's new gangbang Oh, yeah Oh, yeah Oh, no No Weißt du Ich sag jetzt mal nix Ich hätte jetzt einen cool Spruch Wie gesagt Aber ich lass das mal Aber das läuft doch Das läuft doch Gut, da war ich gerade hier Dicken Dinger können wir uns auch gerade leisten So, dann nehmen wir noch eine Spike Factory Weißt du Weißt du Weißt du Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da läuft doch mal richtig prallig. Kann man sich echt nur beschweren. Ein bisschen durchhalten, nur dann haben wir die Scheiße geschafft hier. Willkommen zurück, Uschi! Nella! Oh, 3000 Eier. Ne, blödsinn, 2200 Eier. Wo hab ich das hier? So, 500 Eier nur, dann haben wir's. Oh, Scheiße, da kommt was Fettes. Oh, das sind zwei Fette. Mist. Aber das können wir doch hin, das bringen wir hin. Machen wir einfach diesen hier. Dann geht das schon, ne? Jawoll! Geht sich das aus oder nicht? Scheißen! Gehen! Das geht sich nicht aus! Boah, war das knapp. Puh! Oh, da knappe Sache. Ich mach's ja gern spannend, aber das da... Man muss einfach ein bisschen Kohle sparen. Oh, da haben wir nur einen zweiten von denen hier hin, ey. Oh, Shit. Hau rein, Noro! Bis dann! Oh, das läuft ja ganz gut hier. Hm. Hm. Ne. Muss ich mal so machen. So, Problem gelöst. So, ich mach's ja ganz gut. 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 So, jetzt brauchen wir ein bisschen drauf, 700 Eier, das muss doch machbar sein. Oh, wie viele Rote kommen denn da, Mann? Machen wir mal die Automatik raus. Machen wir mal das da. So, Problem gelöst! Oh, nur immer ne Kino Kohle! Wave 28! Scheiße, da ist ein grüner! Oh, neeeeeeeeeeeee! Junge! Oh nein, 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 das ist ganz schlecht, das ist ganz schlecht! Oh, und wie das schlecht ist! Oh, geht man durch die Kohle! Jetzt bin ich aber angepasst. Boah, diese Kackblums, ey. Diese kleinen Scheißer. Boah, das werden wir die jetzt bereuen. Jetzt gibt's Apfelmus aus diesen kleinen Kackblums, ey. Lass mich hier doch nicht foppen. Ey, wo sind wir denn hier, da? Oh, ein Kackblumen-Country oder was? Oh, jetzt bin ich aber pisst. Ey, das war nicht cool. Das war überhaupt nicht cool. Scheiße war das. Naja, muss ich mal nochmal machen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Zocker Andi von Gameplay Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020